So, moin moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Blast Femmes. Wir befinden uns wieder hier bei diesem komischen Leuchtding da. Würden wir auffassen müssen, dass wir nicht erwischt werden. Ja, jetzt versuchen wir nochmal da durchzukommen. Wollen wir mal kurz überlegen, was schneller geht. Was der rechts dauert länger oder links der hier? Ah, okay. Das war natürlich dumm. Ich dachte, ich könnte da... Ich dachte, ich könnte da ein bisschen länger... Das konnte ich wahrscheinlich. Das wäre jetzt mal. Oh, ich bin doch gesprungen, Mann. Muss mir gleich ein bisschen mehr Leben geben. Ich habe Angst, dass der mir voll einen wegballert. So, dann machen wir da hoch. Pass auf. Okay. Wollen wir mal ganz kurz. Gut. Wir sind wieder fast beim Anfang beim anderen. Okay. Wollen wir rüberhüffen? Kann man hier irgendwas machen? Ja. Also, dass man hier tierisch runterfallen kann, was wirklich sehr nervig sein kann. Das wollen wir kurz aufpassen. Kann ich an der Wand auch geduckt bleiben? Kann ich an der Wand auch geduckt bleiben? Warte mal. Ich muss da ganz hoch, glaube ich, damit er mich da nicht erwischt. Ja. Ja. Okay. 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 Kann ich an der Wand? Oh, trefft er mich hier? Und nochmal Oh, komm hoch Oh, geschafft Alles nur wegen dem Scheiß hier, was gibt's denn? Weihrauchherz So, wofür ist das Weihrauchherz? Dann gut Verstärkt die Kraft und Ausdauer von Gebeten Erhöht aber auch deren Kosten auf der Innenbrunstleiste Okay Ah, müssen wir wieder runter, ne? Geht's nicht weiter? Okay, warte mal Okay Okay, hat sich vielleicht nicht super gelohnt, aber ein bisschen was gelohnt ist ja schon Oh Achso, kann mich gar nicht erwischen hier Scheiß Ausgehen Ach, gehen wir schon weiter hier Oh, hat er mich echt getroffen? Ich hab Der falsche Den schwingt aber auch hier hin und her die ganze Zeit, ne? Kann langsam mal durch sein hier So Da geht's auch irgendwie runter Ich bin jetzt mal oben längs, würde ich sagen Nein Würde mich auch noch mal interessieren, was da noch kommt Zack Zack Oh, ja, ich hab mich noch mal BIEN Serien Oh, nein Also, ich hab nicht immer liebsten, was da noch losge zijn Ja, ich hab nicht gerade ab и Ich hab nicht erwischt Und dann... Und dann... Und dann... Und dann... Ich würde gleich mal diesen Mönchchen da längs gehen, wenn wir wissen, wo man da hinkommt. Da muss ich natürlich gleich mal wissen, wie ich die am besten blocke. Wahrscheinlich mit meinem Ding kann ich bestimmt blocken. Oh, man will natürlich nicht. Okay. Nein! Einmal blocken, dann muss man was leicht zuschlagen können, sonst wird das nichts. Ah, pass auf. Hä? Wo sind wir denn hier? Ach, guck mal, da geht es raus. Da können wir wahrscheinlich die Abkürzung freischalten. Ah, da war ein Schalter. Oh, ich gehe raus. Da war ein Schalter. Also, wir gehen mal zurück. Da ist ein Schalter, dann können wir bestimmt eine kleine Abkürzung freischalten oder sowas. Zack, geht leider so mal schon runter. Weil wir jetzt ja nachher mal hier längs müssen. Ach, Mann. Was? Haben wir hier getroffen? Oh, ein Schwein. Da machen wir das in das Leben rein. Wie? 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 Okay. Einmal ist keinmal. jetzt auch nein oh nee das gibt es doch gar nicht die hätte man auch anders erlegen können naja wie dumm von mir das war wirklich dumm das ist das spiel 1000 tode hinten noch fertig ganz gerne gehabt da die finde ich auch noch das ist da die aufgepasst war direkt hier hoch ist schon gut haben wir so ein bisschen weg nicht super viel aber bisher und das ist schon mal schön warum trifft er mich denn ok war echt dumm von mir weil wir wieder ein bisschen leichtsinnig und so denke ich aber auch nicht nach der rennt auf los ist ein so 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 ja mal sehen ok ok so 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 da geht es auch noch irgendwo hin, man weiß noch nicht wo, da waren wir ja schon was da ist? ok wo gehen wir hin, gehen wir jetzt mal hier durch oder gehen wir nach oben, ich weiß es nicht ah ok eure schuld liegt im tal gegen vierhundert, klar danke ich habe immer wieder kaputt, ich weiß immer noch nicht was ich hier machen kann nichts geschieht öh, wieso geht das jetzt? normalerweise geht es nie, wieso kann ich da jetzt rein? wo komm ich hin? warum klappt das jetzt? klappt das denn nie bei mir? ein a die Kamera Das war's für heute. Scheiße, und mehr Gegner, und mehr Gegner, und mehr Gegner? Was ist das denn? Was kann man da wohl machen, wenn man das schafft? Man weiß es nicht. Was cool ist zumindest glaube ich. Na gut, jetzt haben wir volle Energie. Vielleicht müssen wir da noch mal reingehen. Eigentlich könnten wir es schaffen, glaube ich. Wenn ein bisschen Tricky sich anstellt. Moment, wir können auf jeden Fall die Abkürzung nehmen, machen wir mal. Achso, diese Abkürzung können wir nicht nehmen, aber die andere können wir nicht nehmen. Warte mal. Warum könnten wir denn da nicht längs gehen? Da bin ich rüber gehüpft, aber ich habe unten die Leiter nicht freigeschaltet. Ich depp, ach man, dann müssen wir gleich mal machen. Na ja. Die müssen auf jeden Fall gleich mal freischalten, die Leiter, weil sonst macht es überhaupt keinen Sinn, was sie da gemacht haben. Oh Mann. Das ist ja nicht gut. Ja, das ist ja nicht gut. Nein. Das war ja blöd. Können die alle überspringen eigentlich? Guck mal, guck mal, geht auch. Es sind so viele Gegner, aber wir müssen die alle blöd machen. Oh, ist das hier, wo der Gegner ist? Ach, hier müssen wir runter. Guck mal. Was ist er denn hier? Wenn ich zur Kapelle der ewigen Qualen gehe, bringe ich es nie über mich, sie zu betreten. Ihre Schmerzensschreie sind immer noch so laut wie am Tag, als man sie herbrachte. Ein lebendes Wunder, sagten sie. Das Mirakel erfüllte ihren Wunsch und nun beten wir sie an. Und seien ihre endlose Qualen. Seien ihre endlosen Qualen. Nein. Da komme ich doch garantiert hoch, oder? Okay. Und jetzt kam ich dort hin. Ich halte mich doch mal dir. Ich halte mich doch mal hier. Ich halte dich nicht. Aber ich habe den Kanal immer gemen. Ich halte mich nicht. Ja, ich halte mich richtig. Ich halte dich das ganzeози an. Ihr halte mich jetzt. Ja, ich halte mich. Ich halte mich. Nein! Nein! Was mach ich denn dann? Was macht er denn da? Arsch der mich ey! Scheiße! So, irgendwie sich ein bisschen... Also, irgendwie war es jetzt nicht das Richtige, was ich gemacht hab hier, aber naja, was soll's. Boah! 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 So, wir können natürlich jetzt da reingehen und das nochmal weitermachen. Wir gehen aber erstmal hier hoch. Guck mal, ob wir den... Okay, das ist nicht mal ansatzweise dran gewesen. Glaub ich. Nein, das gibt es doch gar nicht, ey. Das ist noch ein Knopf. Ein Schalter, mein ich. Müssen wir auch noch mal drücken, ob wir da längst kommen. Guck mal, wir können schon mal... Zumindest können wir schon mal speichern. Das ist schon mal gut. So, Erzkathedrale wollte ich dort sagen. Wohin geht's? Noch so ein bisschen orientierungslos, gebe ich zu. Wir wollen einfach erstmal alles erkunden. Aber ich finde, das kann man auch, oder? Okay, hier geht's... Würde ich sagen, nicht weiter. Wollen wir nicht runtergehen? Nee, geht nicht. Geht nicht, okay. Jetzt machen wir hier in eine Richtung. Andere Richtung weiter. Du, 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 du. Dann geht auf jeden Fall rein. Okay. Das ist ein bisschen blöde. Wollen wir mal anders hochkommen? Alter. Ja. Achso, das geht nicht. Wir müssen die erst killen. Sonst wäre das glaube ich nix. Nein! Wollen wir die treffen? Hä? Nicht verarschen hier. Oh. Ruhe im Schacht. Boah! Wir müssen leben hier. Über die Dächern, äh, über den Dächern von Dings. Sieht nicht ganz cool aus hier, ne? Da geht's auch weiter. Ich kann einfach nur austauschen, okay. Aber ich hab keine Angst vor euch. Naja. So. Ach nein, ich eh schon wieder. Ich hab schon mehr Leben. So. So. Der taucht doch noch einmal auf irgendwie, ne? Dann ist er weg. Dann geht's noch. Oh. Ein Himmel? Okay, wir gehen erstmal hier unten weiter. Hier ist noch nach rechts. Wenn ich die gefährliche Sprungpassage mache. So. Es geht's ganz derrière. Ah, geht auch. Da oben gibt es nichts. Gehen wir weiter. Noch nicht drücken hier. Nee. Hm. Können wir nichts machen weiter. Alles, erne. Er ist wieder. Ei, 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 ei. War gut zu wissen, dass da noch so einer kommt. Ja, danke euch fürs Zuschauen für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020